So, hallo und willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Es geht um die Grundlagen der Computergrafik. Ja, Computergrafik, kommen wir gleich zur Definition, ist der Teil der Informatik, der sich mit den Bildinformationen beschäftigt. Bildinformationen können in vielfältiger Weise auftreten. Entscheidend ist, dass sie also im Rahmen der Computergrafik mithilfe von Informationstechnik verarbeitet werden. Dazu müssen sie natürlich in irgendeiner Form erfasst werden oder erzeigt, bevor man sie noch ein bisschen bearbeitet und speichert. Das Speichern kann auch in unterschiedlicher Form erfolgen oder von einem Ort an einen anderen überträgt. Das soll zunächst mal eine ganz allgemeine kurze Definition sein. Steigen wir ein mit den Arten der Computergrafik. Das sind die entscheidenden Grundlagen an dieser Stelle. Bildinformationen können traditionell, das zeige ich gleich, auf zwei unterschiedliche Art und Weisen festgehalten werden. Schon die alten Griechen erfreuten sich also an solchen Mosaiken. Bei solchen Mosaiken haben wir es mit farbigen Steinchen bei der Computergrafik mit farbigen Punkten zu tun, die in ihrer Summe die Bildinformation ergeben. Diese farbigen Punkte bezeichnen wir auch als Pixel, ein Kunstwort. Picture Element ist der Ausgangspunkt gewesen für dieses Kunstwort Pixelgrafik oder Rastergrafik, weil sich diese Punkte so rasterförmig anordnen. Ich habe es schon gesagt, sie bestehen also aus einfarbigen Punkten. Jeder Punkt ist also von genau einer Farbe. In der Summe kann aber natürlich jeder Punkt letztendlich auch andere Farben haben. Und so ergibt sich in der Summe also die Bildinformation. Neben der Pixel- und Rastergrafik gibt es noch eine Grafikart, die die Bildinformation ganz grundsätzlich anders speichert. Hier werden nämlich die Linien mathematisch erfasst und gespeichert. Und hervorragend eignet sich das natürlich für Zeichnungen. Und Zeichnungen sind keine neue Erfindung, wie wir hier sehen. Ja, diese mathematischen Formen etc. bezeichnet man auch als Vektoren. Daher der Name Vektorgrafik. Das kann sehr platzsparend sein. Beide Grafikarten haben Vor- und Nachteile. Fotos, die also sehr viele unterschiedliche Farben enthalten etc. Das sind also häufig Pixel-Grafiken, während Logos oder Zeichnungen eben in der Regel besser als Vektorgrafiken gespeichert und auch bearbeitet werden. Hier bestehen die Grafiken selbst also aus Linien und Flächen mit entsprechenden Eigenschaften. Haben sie einen Rand, wie breit ist der, welche Farbe hat der Inhalt einer Fläche, ist der gefüllt, ist der schraffiert, ist der von einem Farbübergang belegt etc. So kann man dann also sehr gut mit Hilfe der richtigen Grafikart hier dann natürlich auch seine Aufgaben lösen. Soviel zum Thema zunächst Arten der Computergrafik. In den nächsten Videos werde ich dann darstellen, das Thema der Pixelgrafik und das Thema der Vektorgrafik getrennt. Und es wird natürlich auch Anleitungsvideos geben, die sich ganz praktisch mit Programmen, die entweder Pixelgrafik bearbeiten oder Vektorgrafik bearbeiten, auseinandersetzen. Das war es für diesmal also zum Thema Computergrafik. Die Art in der Computergrafik ist das zunächst alles. Die Art in der Computergrafik.